Mach es dir auf deiner Decke oder deiner Matte gemütlich. Lege dich bequem mit dem Bauch nach unten auf die Decke oder die Matte. Horche einen Moment in dich hinein. Stört dich noch etwas? Drückt die Hose am Bauch? Vielleicht musst du dich noch einmal anders hinlegen. Wenn nichts mehr stört, kann es losgehen. Stelle dir vor, du liegst auf einer schönen Sommerwiese. Es duftet herrlich, du hörst Vögel zwitschern und Bienen leise summen. Die Hände streichen weit über den ganzen Rücken. Sie sind wie warme Sonnenstrahlen, die auf den ganzen Rücken scheinen. Du spürst die wohltuenden Strahlen auf dem Rücken. Sie wärmen den ganzen Rücken. Auch an den Schultern streichen die Strahlen der Sonne entlang. Sie strahlen über den Hals, die Schultern und den Rücken wieder hinunter. Langsam verschwindet die Sonne und einige dunkle Wolken ziehen auf. Da fällt der erste Regentropfen, der zweite, der dritte und immer mehr Regentropfen fallen aus den dicken Regenwolken hinunter. Die Fingerspitzen treffen jetzt wie Regentropfen auf den Rücken. Die Regentropfen tröpfeln über den ganzen Rücken. Es werden immer mehr, sie beginnen auf den Rücken zu trommeln. Nun regnet es immer mehr und mehr. Der Regen trommelt rechts. Dann trommelt er links. Dann auf den Schultern. Und den Rücken wieder hinunter. Jetzt haben sich die dunklen Wolken ganz zusammengezogen und es beginnt zu blitzen und zu donnern. Mit den Handkanten wird dabei vorsichtig auf den Rücken geklopft, sodass es dem anderen Kind nicht wehtut. Das Gewitter zieht jetzt langsam weiter und es fallen nur noch ein paar Regentropfen vom Himmel. Immer weniger Regentropfen sind es, die noch vom Himmel fallen. Immer weniger und weniger. Bis sich schließlich die ganzen dunklen Gewitterwolken verzogen haben. Der Himmel wird wieder strahlend blau und die Sonne kommt zum Vorschein. Sie schickt ihre warmen Strahlen auf den Rücken hinunter. Die Sonnenstrahlen wandern über die Schultern. Den Hals. Wieder über die Schultern. Den Rücken hinab, bis der Rücken ganz warm wird. Sie strahlen auch über den linken Arm hinunter und wieder nach oben. Und über den rechten Arm. Und wieder nach oben. Die Sonnenstrahlen wandern noch einmal über die Schultern, den Rücken hinab und verabschieden sich dann langsam vom Rücken und ziehen sich zurück. Räkele dich langsam. Strecke dich. Und wenn du dich genug gestreckt hast, dann stehe langsam auf. Jetzt ist die oder der andere an der Reihe. Räkele dich. Untertitelung des ZDF, 2020